hallo ich begrüße euch zu einem neuen video von mir heute wollen wir noch mal zweimal dragons booster aufmachen und fangen gleich mal mit dem ersten booster an und werden das jetzt hier aufmachen und mal schauen was denn da so drin ist fangen wir gleich schon mal an mit der ersten karte das ist fleischklops und fischbein die zweite sind drachen und ritter eine action karte die dritte wolkenspinner und weil k die vierte karte ist flüsterner tod die fünfte karte ist ohne zahn und die sechste karte ist hix ja das ist wieder so eine besondere karte da ist schon so ein spiegel gut machen wir den zweiten booster auf und schauen mal was da drin ist so da haben wir glutkessel dann haben wir schrecklicher schrecken dann haben wir das buch der drachen wir haben einmal hix ja und wir haben einmal tornado auch so als spiegel karte und wir haben einmal die drachen karte mit ohne zahn und wie sie alle heißen auch so eine art spiegel karte gut das war nun dieses video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja könnt ihr gerne einen daumen nach oben da lassen ihr könnt das video auch gerne teilen auf facebook auf instagram auf google plus wo immer ihr auch wollt und ihr könnt natürlich auch ein abo da lassen würde mich auch sehr sehr freuen ansonsten sage ich danke fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten mal